Ich lerne Deutsch. Nummer 2809 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wir treffen uns oft auf dem Flur. Probleme klären wir dann auf dem kleinen Dienstweg. Ich habe mit Ralf schon darüber gesprochen. Er ist auch meiner Meinung. Ich bin verrückt nach Schuhen und gebe fast mein ganzes Geld dafür aus. Verstehst du mich? Ich bin verrückt nach Schuhen und gebe fast mein ganzes Geld dafür aus. Verstehst du mich? Ich bin verrückt nach Schuhen und gebe fast mein ganzes Geld dafür aus. Verstehst du mich? Sitzt mein Haar richtig? Ich möchte bei der Feier gut aussehen. Sitzt mein Haar richtig? Ich möchte bei der Feier gut aussehen. Du kannst das Schild an die Tür hängen. Wir haben jetzt geöffnet. Du kannst das Schild an die Tür hängen. Wir haben jetzt geöffnet. Mähst du heute den Rasen? Mähst du heute den Rasen? Du wolltest es schon letzte Woche tun. Anna arbeitet für ein Unternehmen in Indien. Sie bedient eine alte Industriemaschine. Sandra nimmt ihre Songs zu Hause auf. Ihre Schwester Lisa bedient den Computer. Sandra nimmt ihre Songs zu Hause auf. Ihre Schwester Lisa bedient den Computer. Ich habe eine Überraschung für dich. Du musst deine Augen schließen. Ich habe eine Überraschung für dich. Du musst deine Augen schließen. Ich bin jetzt vor dem Gerichtsgebäude. Ich kann dich aber nirgendwo sehen. Ich bin jetzt vor dem Gerichtsgebäude. Ich kann dich aber nirgendwo sehen. Ich bin jetzt vor dem Gerichtsgebäude. Ich kann dich aber nirgendwo sehen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Reichen 20 Stück von diesem Medikament oder brauchen wir mehr? Reichen 20 Stück von diesem Medikament oder brauchen wir mehr? Reichen 20 Stück von diesem Medikament oder brauchen wir mehr? Reichen 20 Stück von diesem Medikament oder brauchen wir mehr? sofort eine Änderung in Auftrag geben. So kann es auf keinen Fall bleiben. Wir müssen sofort eine Änderung in Auftrag geben. Das macht mich sprachlos. Wie konnte das nur passieren? Das macht mich sprachlos. Wie konnte das nur passieren? Wattestäbchen schieben den Ohrenschmalz noch tiefer in den Gehörgang. So können Verstopfungen entstehen. Wattestäbchen schieben den Ohrenschmalz noch tiefer in den Gehörgang. So können Verstopfungen entstehen. Wattestäbchen schieben den Ohrenschmalz noch tiefer in den Gehörgang. So können Verstopfungen entstehen. Ich komme gerade aus dem kleinen Modegeschäft und bin in etwa 10 Minuten zu Hause. Ich komme gerade aus dem kleinen Modegeschäft und bin in etwa 10 Minuten zu Hause. Ich finde es sehr gut, wie du das machst. So sollte es immer sein. Ich habe mich intensiv mit diesem Thema beschäftigt und möchte einen Vorschlag machen. Ich habe mich intensiv mit diesem Thema beschäftigt und möchte einen Vorschlag machen. Ich habe intensiv gearbeitet mit diesem Thema und wollte eine Proposition machen. Die Pause ist gleich vorbei. Unser Seminar beginnt in wenigen Minuten. Ich glaube, ich möchte das jetzt nicht weiter mit dir diskutieren. Ich glaube, ich möchte das jetzt nicht weiter mit dir diskutieren. Mein Café ist frisch renoviert. Die Gäste können kommen. Was fliegt denn da oben? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.